Ein Berner namens Hermann Senger vernahm am UKW-Empfänger, das Tief südwestlich der Karpaten sei ans Azoren hoch geraten und stehe deshalb etwas schief zum abgebauten Höhentief, das sich von Spaniens untern Ecke bis an die Adria erstrecke, weshalb man nun zur Ansicht neige, dass, wenn der Druck nicht weiter steige, die Strömung aus der Mongolei bei uns nicht wetterwirksam sei. Da kratzte Hermann sich am Ohr und war so klug als wie zuvor.